Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute schaue ich mal ein bisschen hier rüber. Ihr seht heute ein anderes Setup bei mir, weil ich mir heute das Thema Lightroom und Import und auch so ein bisschen das Verarbeiten vorgenommen habe. Ihr habt euch das gewünscht und ich wollte das heute gerne mal aufgreifen. Ich nehme das Ganze heute ein bisschen so auf, das heißt wir schauen noch gleich auf meinen Bildschirm. Bevor wir anfangen muss ich kurz klären wie ich hier rangehe und was mein Setup ist, damit du gut reinkommst in das Thema und damit du auch weißt, worum es hier geht und was ich eigentlich alles so mache zum Import-Export und Bearbeiten. Also los geht's. Ich arbeite hier typischerweise mit einem Mac Mini aus dem Jahre 2020, also das ist ungefähr über zwei Jahre knapp alt und ich bin damit noch recht zufrieden. Ich habe noch einen LG Monitor mit 32 Zoll, der lässt sich kalibrieren auf die Farbgenauigkeit, aber das funktioniert noch nicht so gut, wie ich das möchte. Das heißt, hier werde ich mir in Zukunft noch überlegen müssen, wie ich mit einem Bildschirm arbeite, ob es dieser bleibt oder ob ich mir noch was anderes zulegen muss. Mal sehen. Für Foto-Import-Export-Bearbeitung hat es jetzt rudimentären Einfluss darauf, bis auf den Bildschirm, der ist natürlich sehr wichtig. Ich speichere typischerweise meine Bilder auf SD-Karte, wie diese hier und da ich in meinem Mac Mini keinen Eingang habe für SD-Karten, also kein Slot dafür da ist, muss ich über einen Dongle arbeiten. Das heißt, ich habe da einen SD-Kartenanschluss, ganz normal, dort gehe ich dann rein, wähle die SD-Karte aus mit den Bildern, die ich gemacht habe, also von einem Fotowalk oder aus Kitzbühel. Die Fotos habe ich bereits offen, das sehen wir uns gleich an. Und lege mir dann auf der Festplatte, die ich habe, ich habe eine externe SSD immer dran, einen Ordner an und in diesem Fall heißt er dann Kitzbühel bzw. Kempinski in Kitzbühel, wo wir waren. Dort kopiere ich dann die Fotos von der Karte drauf und wenn dieser Import abgeschlossen ist, dann gehe ich in Lightroom rein und wähle dann quasi im Import meinen Ordner nochmal aus von der Festplatte. Das ist ein bisschen umständlich, glaube ich, das geht bestimmt auch anders, aber ich mache das so. Und wähle dann den Ordner aus, wo quasi die Fotos hergenommen werden sollten und lege sie dann wieder in diesen Ordner über Lightroom rein, auf der rechten Seite. Zeige ich dir gleich. Und dann weiß Lightroom, wo die Fotos abgelegt sind und ich selber habe es quasi schon vorsortiert und Lightroom übernimmt es dann und dann passt das in die Regel. Und so mache ich das immer, um sicher zu gehen, dass die Fotos quasi dahin kommen, wo ich es hin möchte. Und Lightroom macht das gleich so, wie ich das mag, dem zur Folge. Passt das für mich ganz gut. Wir springen gleich mal rein in Lightroom. Du hast links oben das Fenster Datei und da kannst du auswählen, jetzt gerade nicht, aber das kommt dann, wenn du den Import auswählen kannst, das Thema Import Fotos und Videos. Wie du siehst, habe ich hier meine SD-Karte. Ich könnte aber auch hier so eine SSD-Festplatte auswählen, dann den Ordner dementsprechend. Und wenn der jetzt heißt Kitz, Bühl, Kempinski, dann kann ich hier rechts im Fenster mir die Festplatte auswählen. Ich mache es mal gerade nicht auf, weil da auch sensible Daten mit drauf sind. Und da gehe ich dann auf den Ordner, den ich vorher eingefügt habe. Auf der Festplatte, der ist quasi links schon vorhanden. Und rechts sage ich dann Lightroom, bitte von dort nach da schieben, quasi erkennen. Und dann wählt Lightroom automatisch aus, wo es hingeschickt werden soll und mit meiner Hilfe sozusagen zielgerichtet. Und dann läuft das da drauf. Ich kann hier oben natürlich auch noch auswählen, was ich alles im Import einstellen möchte. Ich kann jetzt quasi schon hergehen und sagen, ich möchte für alle Bilder einen Look drauf haben. Entweder du nimmst einen eigenen Look, ein eigenes Preset oder du nimmst ein Preset, was von Lightroom vorgegeben wird, beispielsweise Landschaft oder Kreativ oder Lifestyle oder Schwarz-Weiß. Du kannst es aber auch weglassen. Das ist dann dir überlassen, was du möchtest. Ich lasse das in der Regel weg. Ich persönlich mag es nicht, von vornherein gleich einen Look draufzulegen. Es sei denn, ich habe ein ganz spezielles, bestimmtes Projekt, wo das sein muss, einfach um es effizienter zu machen, um mir das Leben leichter zu machen. Dann kann das sicher vorkommen, aber in der Regel mache ich das nicht, weil ich möchte die Fotos roh sehen, wie sie ausschauen und dann bestimmen, was ich für einen Look dann draufziehe, bevor ich es von vornherein schon festlege und dann rückgängig machen muss. Aber das kann jeder für sich selber handeln, wie er mag. Hier wäre, wie gesagt, die Möglichkeit, die Entwicklungsanstellungen so heißt, das dann vorab auszuwählen. Du kannst durch Smart-Vorschau auswählen. Das dauert mir immer alles ein bisschen länger mit dem Laden. Das mag ich dann nicht so. Deshalb mache ich das so basic und sage dann hier unten rechts importieren und dann dauert das einen Moment, bis die Fotos alle da sind. Und wenn er fertig ist, ist er fertig, der Rechner. Und dann haben wir dann ungefähr diese Ansicht. Das ist jetzt mein Fensterbereich von Kitzbühel, wo wir in Kempinski waren. Ihr seht eine ganze Menge Fotos. Ich habe das auch schon vorsortiert. Das heißt, ich bin da schon hergegangen und habe mir die Fotos im Vorfeld nach dem Import angeschaut, wie hier, wie gesagt, und habe es ihm erstmal so angeschaut in der kleinen Vorschau. Man kann das auch noch ein bisschen vergrößern hier unten mit der Miniaturansicht, also kleiner und größer machen. Ich wähle immer so diese Ansicht. Das ist ungefähr beim dritten Strich von links. Und das sorgt dafür, dass du schon bei weit über 1300 Bilder, dass du schon mal einen groben Überblick bekommst, eine grobe Übersicht erhältst, wie die Fotos aussehen, was du alles so gemacht hast. Und dann gehe ich, jetzt sind einige schon bearbeitet, klar, und einige wurden auch schon für Instagram veröffentlicht, beziehungsweise auch an Kempinski geschickt in der Zusammenarbeit. Aber die Fotos sind in der Regel erstmal unbearbeitet, wenn sie hier reinkommen. Das heißt, ich schaue hier drüber und wähle schon mal ganz grob aus, was gefällt mir. Also das siehst du ja schon, auch wenn das Ganze noch unbearbeitet ist und noch ein bisschen dunkel oder zu hell. Welches Bild fällt es sofort auf? Und dann gehe ich her, klicke hier drauf und wähle meinetwegen die Ansicht 5 Sterne. Ich habe jetzt auf die 5 gedrückt oder 4 Sterne, 3 Sterne, 2 und 1 Stern oder eben 0 für keine Sterne. Und so gehe ich erstmal durch und wähle aus, was gefällt mir am allerbesten. Also 5 Sterne oder ich halte mir das noch offen und wähle erstmal 4 Sterne, um dann noch die besseren Fotos mit 5 Sternen zu vergeben. Und so gehe ich durch und scrolle dann und schaue quasi schon akribisch erstmal jedes Bild durch, beziehungsweise was mir gerade so auffällt. und dann, wenn ich das gemacht habe, habe ich eine grobe Vorschau von den Bildern, die ich habe, im Sinne von, das sind jetzt wirklich die besten, also die Top 100, Top 200 von allen Bildern. Und die nehme ich mir nochmal gesondert her, gehe quasi in das Entwickeln-Modul und wähle dann aus, welche Bilder mir noch besser gefallen. Also nehme die 5er bewerteten natürlich her oder 4er und siebe dann nochmal aus. Also ich wähle dann konkret nochmal aus, was gefällt mir doch nicht so ganz oder was ist unscharf, was habe ich nicht erkennen können bei der kleinen Vorschau. Das fliegt dann raus und die Top 100 oder Top 80, Top 10, wie auch immer, die übrig bleiben, die schaue ich mir dann nochmal expliziter an, die werden dann auch bearbeitet, alle anderen lasse ich erstmal so liegen und gehe dann quasi nochmal her, wenn entweder ein Kunde sagt, ich hätte gerne noch mehr Bilder oder von dieser Perspektive fehlt mir noch dieses und jenes oder es gibt einen ganz bestimmten Wunsch, was den Look angeht, was rausgearbeitet werden soll. Da gehe ich dann nochmal detailliert her und fasse die Bilder dann nochmal an und bearbeite sie nochmal. Und das möchte ich gerne mit euch jetzt nochmal explizit machen und zwar habe ich mir vorhin ein Bild rausgesucht. Hahahaha, wenn ich es wieder finde. Das war eines von den, ich finde es vor Schreck gar nicht mehr. Egal, wir nehmen mal jetzt so ein Foto hier vom Ammersee. Das ist auch ganz nett. Wir nehmen mal dieses hier. Und typischerweise noch zu dunkel, der Himmel ist korrekt belichtet. Wir sehen noch diesen hässlichen Streif von dem Flugzeug oder was das war. Und natürlich muss ich das Ganze im Entwicklungsmodul dann bearbeiten. Basic Adjustment, also ganz einfache Basic Bearbeitung wäre, hier herzugehen, ein bisschen die Tiefen aufzuhellen, wie ihr seht. Die Lichter etwas abzudunkeln, je nachdem wie man es mag. Ich mag es gerne noch ein bisschen wärmer im Bild. Ihr kennt ja meinen Look. Das heißt, ich schaue noch ein bisschen mit dem Weißabgleich hier oben. Dann mache ich das noch ein bisschen wärmer. Da kannst du auch spielen. Also du siehst das natürlich, wenn ich zu weit nach links und rechts gehe, verändert sich dementsprechend stärker oder weniger. Aber ja, so ein bisschen wärmer, so die 8500er in dem Fall, das würde ich schon so nehmen. Die Schatten würde ich auch noch ein bisschen aufhellen, indem ich das schwarze ein bisschen hochziehe. So. Und nicht vergessen, mit Kontrast legst du dann auch die Sättigung fest. Also je mehr Kontrast reinkommt, desto mehr Sättigung kommt auch in das Bild. Also das ist jetzt noch ein bisschen offen. Und würde mir stattdessen hier die Lichter noch ein bisschen anschauen, ob das so ein bisschen passt im Kontrast. Ja, das sieht ganz gut aus. Den Zuschnitt machen wir gleich. Hier noch ein bisschen so ein Quick-Tipp am Rande. Die Klarheit nicht typischerweise ganz weit aufreißen, sodass das Bild quasi knacke, hell und scharf und ja, crispy wird. Ich mag das eher nicht. Ich lasse das eher so entweder auf Null oder sogar ein bisschen im Negativbereich. Bei Portraits natürlich noch besser, das im Negativbereich zu lassen. Da bekommst du noch ein bisschen mehr Softness in das Bild hinein. Du kannst es im Nachhinein über den Kontrast nochmal nachregeln mit der Schärfe, aber so gefällt mir das schon ganz gut. Jetzt haben wir hier nochmal Dynamik und Sättigung. Das gehe ich auch gerne noch ein bisschen zurück. Nehmen ein bisschen Dynamik raus, nehmen ein bisschen Sättigung raus. Das können wir im Nachhinein auch nochmal regeln. Dann kommen wir zur Gradationskurve. Die kann man natürlich auch so einstellen, wie es auch viele inzwischen machen. Die typische S-Kurve, so ein bisschen hier die Faded Tones, also hier ein bisschen nach oben gehen. Dann, also die Schatten aufhellen, anheben. Hier ein bisschen einen leichten S-Knick reinbekommen. Das Ganze hier noch vielleicht ein bisschen in der Mitte fixieren. Die Lichter ein bisschen hochziehen und dann hier auch, interessanterweise, dann vielleicht ein bisschen auch leicht auch rausfaden die Lichter. Dann hat das Ganze schon mal einen verträumten Look, so ein bisschen Faded Tones. Das kennt ja auch der eine oder andere auch von Instagram. Und gefällt mir recht gut. Gut, mache ich selbst seit bestimmt zwei Jahren gar nicht mehr bei meinen Bildern. Selten, je nachdem, wenn es halt passt, wenn es angebracht ist, aber ansonsten eher nicht. Genau, das Ganze kannst du natürlich auch zurücksetzen hier. Ganz cool ist auch, dass du hier inzwischen die Gradationskurve für die anderen Kanäle anpassen kannst. Das heißt, du kannst hier reingehen mit Rechtsklick und diese Kanaleinstellung kopieren. Sagen wir mal kopieren und wir gehen mal in die Rotkurve und ich sage jetzt einfügen. Dann übernimmt er das. Und das könnt ihr jetzt auch bei grün machen, einfügen und auch bei blau auch wieder einfügen. Und dann habe ich diesen Look. Sieht gar nicht schlecht aus. Mir gefällt jetzt hier im roten Kanal nicht so richtig die Faded-Anhebung, aber das ist auch wieder eine Frage des persönlichen Geschmacks, der persönlichen Präferenzen. Ich lasse das mal so drin als Beispiel. Hier vorn dran übrigens auch ganz interessant, das gibt es ja erst seit, glaube ich, ein, zwei Jahren von Lightroom, dass man hier nochmal besonders nochmal anheben kann oder absenken kann. Hier, das mag ich auch ganz sehr nochmal in den Lichtern herzugehen in dem Fall. Und es ist unterbelichtet, klar, das Holz ist noch sehr dunkel, aber so habe ich es ja auch live gesehen und ich möchte es auch nicht übertreiben und hier ein überzogenes HDR hier zaubern. Das wäre einfach auch unnatürlich in meinen Augen. Genau, über die Farben können wir natürlich auch noch hierher gehen. Also das Orange hätte ich gerne nochmal deutlich kräftiger, wenn das geht. Auch über das Gelb können wir arbeiten. Da können wir auch nochmal den Himmel schön nachsättigen, noch ein bisschen nachregeln, je nachdem. Hier ist auch Vorsicht geboten, weil das Ganze auch sehr schnell in die Gradationskurven wieder mit eingreift. Blau gefällt mir jetzt nicht so wirklich, das mag ich gerne ein bisschen entsättigt hier unten haben. Das kann man auch dunkler machen oder heller. Und auch das Aquamarine auch ein bisschen noch runternehmen. Ja, dann können wir hergehen hier in den Schatten. Das kannst du hier mit diesem Farbkreis sozusagen einregeln. Ich mag das aber auch gerne hier über die Skala. Und zwar nehme ich hier typischerweise 223, also ein schönes Blau und schaue dann immer von der Sättigung her, was dann im Schatten noch gut aussieht. So ein ganz leichtes, so zwischen 4 und 8. Ja, nehmen wir mal die 5, genau. Und dann auch mal in den Lichtern arbeite ich auch gern. Da nehme ich gern als Richtwert die 42, also ein schönes Orange-Gelb und schaue dann auch ein bisschen, was zur Stimmung passen könnte. So. Okay, dann das Schärfen. Da bin ich auch ein bisschen vorsichtig. Also so ein bisschen hier so in die Mitte gehen und ganz leicht freistellen. Das ist okay. So, das ist gut. Das passt. Natürlich die Profilkorrektur und die chromatische Apparation entfernen. Ich habe in dem Fall auch das 24er von Sony verwendet. Wird aufgenommen auch mit einer Sony-Kamera, mit der Sony A7 IV, mit dem 24mm Objektiv Blende 1.4. Das ist ganz cool bei Gebäuden oder allem, was Struktur beinhaltet. Also Gebäude, Zäune, Autos, auch manchmal Menschen, aber eher Objekte. Da lohnt es sich beim Transformieren nochmal vielleicht das Autotool zu verwenden und so ein bisschen was, je nachdem, wie du es aufgenommen hast, wie korrekt du gearbeitet hast, tut sich dann noch. Also hier in dem Fall, der Horizont ist ein bisschen gerade, habe ich das Gefühl, und das Gebäude ist auch noch ein bisschen besser in der Darstellung. Also im Sinne von nicht ganz so verzerrt. Aber mega viel war jetzt auch nicht. Also ich gehe nochmal raus und nochmal rein. Also, ja, geringfügig hat sich da was getan. Dann Vignette ist immer so eine Frage des persönlichen Stils. Hier, ja, ab und zu mal so ein bisschen reingehen. Hier nochmal ein bisschen ganz leicht abdunkeln, so 1 bis 3. Die Lichter natürlich nach vorn bringen und den Mittelpunkt könnte man jetzt auf die Mitte auch komplett legen. Das heißt, wenn ich auf Mittelpunkt gehe und nach links auf Null ziehe sozusagen, dann verkleinere ich immer mehr den Fokus, den Radius der Vignette und es wird quasi immer mehr nur in der Mitte noch hell dargestellt und alles andere wird abgeschattet nach außen. Je nachdem, was du für einen Geschmack hast, kannst du das machen. Und darunter die Körnung ist auch sehr interessant. Nico mag ja unbedingt Körnung gerne in seinen Bildern haben teilweise und ich finde es auch ganz cool. Es passt zu manchen Motiven. Gerade hier so am Ammersee mit Wasser sieht es, glaube ich, ganz cool aus. Da kann man auf jeden Fall mit der Körnung ein bisschen arbeiten. Ich gehe nochmal nach oben. Ich würde in diesem Fall noch ein bisschen die Schatten aufhellen, so ein bisschen. Das gefällt mir so jetzt ein bisschen besser. Ich würde auch in den Maisabgleich noch ein bisschen reingehen, nochmal schauen, ob ich einen ein bisschen wärmeren Ton hinbekomme. Das sieht auch recht gut aus. Und hier oben würde ich nochmal schauen, was ich mit dem Wasser machen kann. Denn da ändert sich ein bisschen was, wenn ich in das Grün hineingehe. Also das nehmen wir auch noch ein bisschen zurück. Jawohl. Das Blau mag ich so ungefähr haben. Bei Gelb bestimmst du im Übrigen den Gelb bis Grün-Orangeton. Also du siehst das, wenn ich jetzt hier in den Regler bewege. Ich kann quasi von dem fast rosa bis hin zu einem Grünstich arbeiten. Das ist auch ein interessanter Regler. Der wird oftmals auch entschätzt. Ich mag es auch gerade ein bisschen in Richtung Orange. Gefällt mir auch noch einen Ticken besser, wenn ich mir das so anschaue. Ja. Das sieht gut aus. Also der Faded-Look kommt natürlich immer mehr raus und jetzt können wir hier unten nochmal in der Kalibrierung auch nochmal hergehen und nochmal besonders nachjustieren, je nachdem, was denn jetzt der Geschmack möchte, wessen es bedarf. Ihr seht es hier, wenn ich im Grün noch ein bisschen hin und her regle. Also am Anfang lohnt es sich, noch ein bisschen krasser herzugehen, nochmal komplett einzuregeln, welchen Look möchte ich haben. Hier wird es ein bisschen Bild-Look und dementsprechend kommt die Sättigung darunter dann. Da kannst du auch nochmal nachregeln. Und auch natürlich über den Blauton. Das verstärkt dann entweder den Rotbereich oder entsättigt ihn und gibt dann oben, siehst du das auch wunderschön, so einen leichten Lila-Ton. Das mag ich jetzt nicht haben. Ich gebe mal ein bisschen mehr in das Orange hinein. Das gefällt mir in dem Fall ein bisschen besser. Und in der Sättigung muss ich auch erstmal schauen, wo wir rauskommen. Ja, so ein bisschen mehr gesättigt. Das sieht auch schon ganz cool aus. Also zumindest haben wir jetzt ein bisschen mehr die Sonnenaufgangsstimmung drin, als noch zu Beginn. Und ja, der Rand oben sieht pottenhässig aus. Das beschneiden wir gleich mal hier auf 4 zu 5. Gehen wir nochmal her. Da korrigiere ich auch nochmal, was Leitrum gemacht hat. Sieht ganz cool aus. Und um noch ein bisschen mehr Dynamik reinzubringen in das Bild, würde ich das Gebäude jetzt mehr auf links setzen. Überprüfe nochmal den Horizont. Das sieht gut aus. Und mit Enter sage ich, jawohl, das möchte ich so haben. Jetzt können wir uns darüber streiten, ob dieser Pfosten rechts stört. Ja, ich möchte ihn glaube ich schon mit drin haben. Weil wenn er gar nicht mit im Bild ist. Aber doch, das sieht vielleicht doch besser aus. Ja, wir lassen das so. Genau. Wenn du jetzt das Gefühl hast, das sieht irgendwas komisch und schief aus, dann kannst du das von Hand so reinsteuern. Und aber auch nochmal zusätzlich hier unten im Transformieren-Modul hergehen und selber nochmal nachjustieren. Also das musst du nicht so lassen, wenn das Leitrum so vorgibt. Du kannst selber auch nochmal die Krümmung rausnehmen. Du kannst auch nochmal, wenn das Gebäude für dich komisch verzerrt aussieht, auch nochmal sagen, okay, das mag ich dann doch ein bisschen anders haben. Im Seitenverhältnis auch nochmal ein bisschen arbeiten, weil vorhin hat das glaube ich ein bisschen schmal gezogen. Und hier oben war das genau. Auch nochmal bestimmen, wie das vom Radius jetzt werden soll. Ich glaube, das war so ganz gut. Das Gebäude ist immer noch ein bisschen schief. Also ihr seht, das ist immer noch nicht korrekt. Wobei ich sagen muss, das Gebäude war auch schief vor Ort. Nicht ganz gerade. Also, ja. Schwierig rauszuholen. Genau. Und jetzt können wir hier oben nochmal über die Kontrastregelung arbeiten. Noch ein bisschen mehr Grain reinbringen. Noch ein bisschen schärfer das Ganze machen. Auch über die Tiefen nochmal schauen, was man da rausholen kann. Alternativ könnte ich auch natürlich hierher gehen. Hierher gehen. In die Gradationskurve. Und auch nochmal den Mitten nochmal rausnehmen, wenn mir das jetzt zu wenig ist. Aber so passt mir das schon ganz gut. Genau. Ich schaue mir nochmal eben den Zuschnitt an. Und ich denke, ich werde das Ganze noch ein bisschen enger nehmen, so dass das Gebäude noch etwas formatfüllender drauf ist. Idealerweise arbeitest du dann auch mit diesem Gitter, wie du siehst. Das heißt, ich setze das Gebäude vielleicht sogar hier auf diesen Radius und sage dann, jo, das können wir so machen. Jetzt haben wir aber ein Problem. Der Horizont ist nicht ganz gerade. So schaut es aus. Jetzt ist er gerade. Das Gebäude sollte soweit passen. Genau. Ja, also im Großen und Ganzen ich bin jetzt ein bisschen tiefer eingestiegen als in die Basic Adjustments. Also wir haben jetzt schon deutlich tiefer in die Materie gegriffen. Wir haben die Farben angefasst. Wir haben auch den Schatten nochmal extra angefasst. Das könntest du auch nochmal immer noch nachregeln. Das heißt, wenn du noch mehr diesen Orange Teal Look haben möchtest, gehst du quasi immer mehr in das Blau hinein, nimmst da noch mehr Sättigung rein oder eben ein Stück zurück. Ich mag das nicht ganz so stark haben. Demzufolge schaue ich mir hier oben, was ich machen kann. Ich würde vielleicht hier nochmal gucken, ob ich in der Sättigung noch was tun kann in der Dynamik auch und finde aber, dass das soweit ganz gut passt. Wenn du jetzt der Meinung bist, der Sonnenschein war noch nicht ganz so, wie er vor Ort war, dann kannst du auch hier oben über die Maske nochmal arbeiten, nimmst den Radialverlauf und da aber immer ein bisschen Vorsicht, ein bisschen Obacht geben. Da kannst du auch nochmal hier so eine Maske reinziehen und gehst dann auf das Dunstentfernen-Modul und ziehst das noch ein bisschen nach links ins Negativ und dementsprechend wird das dann auch hier etwas aufgehellt, ein bisschen diesig, je nachdem, was du auch für eine Stimmung hattest vor Ort. Ich würde das auch noch ein bisschen so machen, dann wieder rausgehen natürlich und würde auch nochmal hier oben über die Motiverkennung kannst du auch arbeiten. Da kannst du sagen Himmel erkennen oder Motiv erkennen. Ich würde jetzt mal Himmel erkennen auswählen. Das macht Lightroom mit Sicherheit sehr gut und dann kannst du den auch nochmal aufhellen entweder über das Dunstentfernen-Modul. Da bekommst du dann so einen leichten Gelbstich rein, so ganz, ganz leicht, aber er wird auch heller und er wird auch noch ein bisschen smoother, je nachdem. Und wenn du das Gefühl hast, du hast Wolken drin, die du rausarbeiten möchtest, kannst du es auch umdrehen und gehst dann quasi auf Dunstentfernen auf den Plus-Bereich und dann wird das Ganze gesättigter und würde dann in dem Fall, seht ihr das rechts oben hier, kommt dann auch die Wolke raus, hier kommt der Blaustich raus vom Himmel. Das möchte ich nicht haben, deshalb nehme ich das wieder raus, aber ich wollte es gerne mal zur Demonstration gezeigt haben. Du kannst auch hergehen und sagen, okay, das ist der Himmel und den Rest möchte ich aber abdunkeln oder aufhellen. Und dann gehst du oben rechts rein und machst hier den Haken auf Umkehren und dann siehst du, er erkennt auf jeden Fall den Rest automatisch und dann kannst du auch nochmal mit den Tiefen spielen, noch aufhellen, machst dann quasi doch ein HDR daraus, ich übertreibe das mal hier so. Kann man auch machen, wenn man das möchte. Du kannst es aber auch wieder zurücknehmen und sagen, ich möchte nur ein bisschen partiell hier was verändern und sage dann, okay, das Foto passt, das möchtest du haben, möchtest du ausspucken. Wir bleiben jetzt mal dabei und dann sage ich hier, halt, ich gehe hier drauf, mit Rechtsklick exportieren und wähle dann hier meinen Ordner aus, gehe auf exportieren und wähle dann den Ordner aus, den ich haben möchte. In diesem Fall ist es bei mir der Veröffentlichungsordner 2022. Du kannst auch einen anderen auswählen natürlich. Hier siehst du auch nochmal rechts die Möglichkeit zum Auswählen. Darunter heißt dann die Datei so und so. Kannst du aber auch umbenennen hier oben. Das geht auch. Und für mich lasse ich das meistens so. Ich habe das alles schon vorbereitet und klicke dann auf exportieren und nach einer halben Minute, zehn Sekunden, wenn das Bild exportiert wurde, dann kann ich dann ab dem Ordner aufrufen und dann entweder veröffentlichen oder weiterverarbeiten, zum Kunden schicken, ja, was auch immer. Das ist im Großen und Ganzen mein Workflow, mein Import-Workflow, mein Export-Workflow und auch so ein bisschen, wie ich die Bilder verarbeite. Natürlich habe ich mir auch Presets erstellt. Das würde den Rahmen jetzt hier sprengen. Wenn du Interesse auch an Presets bei mir hast, dann kannst du gerne mal auf meine Webseite gehen auf www.pickpond.de. Da gibt es auch nochmal eine extra Reite, eine extra Rubrik, wo du Presets von mir direkt kaufen kannst. Da habe ich ein 3er-Preset-Package erstellt und da kannst du selber noch ein bisschen rumspielen, ein bisschen auch nochmal, ja, die Einstellungen abrufen, die ich auf Verschiedenes, je nachdem, was das Bild und die Stimmung hergegeben hat, da eingestellt habe. Das sind so auch drei Favoriten von mir, die du dir dann ein bisschen in Ruhe zu Gemüte führen kannst und ich würde mich freuen, wenn dieses Video dir gefallen hat, wenn das ein bisschen geholfen hat, was das Verständnis angeht von Import, Export, aber auch, was kann ich denn eigentlich mit Lightroom alles machen? Das ist denn möglich? Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr mich unterstützen wollt in meiner Arbeit und wenn ihr Fragen habt zu meinem Arbeitsworkflow und ja, generell was die Handhabung von Lightroom und den Programmen angeht, dann schreibt sie gern unter dieses Video oder schickt mir eine Nachricht auf Instagram, da würde ich mich auch sehr freuen und in diesem Sinne hoffe ich, dass es ein bisschen gefallen hat, dass ihr einen Mehrwert mitnehmen konntet, dass ihr was gelernt habt und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss! Vielen Dank!